Mensch, jaD Ehm, was will ich eigentliche jetzt, ich will hier Damage und vor allem auch etwas electriccoolage leisen, das heißt Bluetooth Ja, Magstein, Stand hier Endlich, komme ich mal zu den Items, die mir was bringen Ja, das ist ja auch ein besonderes langes Game 아их ahhhh Ich weiß nicht, dass ich so Items kaufe, die Millionen kosten. Sieht aus wie so ein Eisbär oder so. Aha, in der Mitte sind sie ja schon ordentlich dabei. Das heißt, entweder kommt einer Mitte oder einer hier auf die Seite. Weil bisher nur einer am Leben ist. Und deswegen kommt er jetzt erst mal Mitte, wie man hier. Können wir hier noch mal ein bisschen ordentlich kicken, ja. Und dann sind wir auch gleich schon weg. Weg. Ja, ist ja... Oh, du, Alter. Der Rex Pfeiffer hat doch wieder nie gewusst. Wenn du mir dieses Video schon wieder desynchronisiert, dann raste ich ja mal. Dann gibt's ne Rasterlocke. Oh, 2400, aber. Da kann ich ja endlich Madreds, Madreds, Madreds. Irgendwas geben, was ich mir kaufe. Dann kann ich alles claim. Ah, das kann ich mir schon kaufen. Das tut gut. Äh, dann hole ich mir noch. Ach, scheiße. Kann mir einer mal kurze 110 Kohle geben? Dauer ficken, nur noch was weiß ich. Ja, warte. Ich muss erst mal warten, bis die da weg ist. Das ist sehr schnell tot. Jo! Äh, kann ja noch kurz warten. Ja, dann kann ich mir schon mal hier extra leben wollen. Von... Unwarmungsrüstung, dann finde ich immer gut, danke. Ah, ja. Hm, hm, hm. Aber bleibt nicht zu lange dauern. Sonst knall ich wieder in den Arsch rein. Tut nicht gut, also... Die ist nicht lecker. Ja, macht wieder alles scheiße hier. Ja, die sind da, glaube ich. Hä, warum bleiben die jetzt stehen? Gucken wir mal. Ah, hallo, wie geht's denn euch da? Ja, ist toll, ne? Ja... Ja... Ja, rennt alle vor mir weg. Ja, das war scheiße, ich war mit dir. Ja, ich bin jetzt auch eben wieder. Nein, rennt, rennt. Aber wenn ihr sterbt, dann haben wir verloren. Ja, gut, dass die anderen beiden nicht sterben. Aber wenn ihr auch alle mal vor mir wegrennt, dann klingt immer ganz toll. Ja, gut, dass die anderen beiden nicht sterben. Nicht nur die Gegner rennen vor mir weg. Nein, ich renne vor den Gegner weg und... Nee, 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 nur meine eigenen, die rennen vor mir weg. Die Gegner, die rennen immer zu mir hin. Die standen doch alle bei dir, mein Gott. Nee. Doch, haben doch die ganze Zeit draufgeballert, die Verrückte. Na, wenn die ein Arsch-Aura haben, dann... Das ist ein Arsch. Dann werden die das gewinnen. Franch. Ja, ich bin jetzt mal los. Ich bin jetzt mal los. Ich bin jetzt mal los. Ja, komm, ich bin jetzt mal rum. Ja. Ich werde den nächsten... Junge. Gar nichts verloren. Wir haben die nächsten, letzten zwei Tiefenzeits gewonnen. Franch. Gr Claudia éclaard. Gubernate dem Knaller! Ich bin nachs. Ich bin von vorne und dran. Oh, der muss ja immer hundertmal bringen, damit das war okay. Das ist ja immer. Nein, klar. Ja, jetzt müssen wir defen. Haben wir davon. Quatsch. Ja. Ja, dann holen wir doch Lüste in der Faust und für uns. Ja, dann holen wir doch mal. Da drinnen haben wir jetzt hier. Da drinnen haben wir jetzt hier. Da drinnen haben wir jetzt hier. Da drinnen haben wir noch rein sein können. Wird ja sich aber freuen. Ich steh da nicht rum. Ich werde jetzt hier erstmal warten und dann rüberspringen. Das ist ja gut, wenn ich da rum zu gehen. Das ist ja gut, wenn ich da rum zu gehen. Wie denn schon wieder alle da rum stehen? Ja, zeigt euch alle. Das ist so schlau. Das ist so schlau. Hier geht's. Ja. 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 Jasper Merner war ein bisschen schlau. Ich weiß nicht warum der Spiel ist, ich würde jetzt noch drauf verzichten oder sie würde mich anstellen oder klären. Oh, der könnte uns sonst grad holen. 120, was ist denn das? Scheiße. Ich muss mir jetzt kurz Mana holen, das geht nicht so. Das kann ich gleich tiefer und klingeln. Ich bin da schon wieder, das war gut. Achso, ich denk du greifst an. Warum machst du denn deinen Geist an? Weil ich danach ankomme. Achso. 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 Aber dann gehen wir nicht. Eieieiei. Scheiße, was hat denn noch in den Dings erwischt? Oh ne, ich bin schon wieder. Ne, das kannst du ja wissen, sie sind noch zwei im Leben. Zwei sind noch am Leben. Ja, aber dann pushen ist ja quasi offensives Leben hier. Ja, sehr offensiv. Zeichen drei im Leben. Nichts, ob das nicht. Ja, ich bin nicht. Du musst ja was pushen müssen, das kannst du ja noch. Und du nimmst Sorge genug, du ja Scheiße. Ja, vöse. Ich tu noch ein Turm, gleich im Arsch unten. Weil die Zinn anscheinend nichts mitkriegt. Ich geh schneller laden als der fast. Wo ich ganz vorne an der Front war. Hm, wenn ich schon mal so viel Kohle hab, dann können wir noch kurz was kaufen. Ist ganz stabil, war die Lage. Ich glaub das reicht für meinen... Hm, ja. Und jetzt könnte ich mir noch was holen. Was soll ich mir jetzt noch holen? Schutzengel oder Schutz der Legion? Ich weiß es nicht. Dort waren es klingelig und brauche ich mal in 100 Lieden. Und ich werde es dann noch ein bisschen live sehen. Wenn ich Schatten klinge. Naja, ich kann mir das jetzt noch entscheiden. Jetzt erstmal nochmal auf Magiere. Entschuldet sie sich wieder ihren komischen Dings. Warum geht denn da keiner hin? Woher holt man denn jetzt? Na jetzt ist es glaub ich schon zu spät. Ja. Stehen alle in der Base rum und gucken. Nein. Guck mal, grad mal der, der, der macht, der könnte mal Ultra-Schaden kloppen. Stimmt schon, dass wir jetzt auf den Beiger gehen könnten. Ich frag mich, warum habt ihr den noch erwischt? Was ist denn denn schon, dass man geht mir auf den Sack? Wieso? Weg. Wendt keiner mit. Nein. Das ist dein blitz – kind. Das ist dein blitz geworden. Nein. 는 합니다en cannoten. Was wollte ich mir jetzt noch holen? Ich hab auch Banshees fehl, oder? Leber... Irgendein Turm von denen, Lola... Was ist mit dem, der hat noch voll, der hat auch noch... Theoretisch müssen wir nur alle fünf oder vier, vier Leute mindestens mitzählen. Dann würden wir das hier sehen, wenn wir da nicht noch mal einer durchgehen. Ja, andersrum ist es genauso. Ja, andersrum haben wir ja schon mal. Das helfen können wir ja nicht mehr viel, weil wir einmal wegen irgendeiner Scheiße alle Türme verloren haben. Ich komme da schon weg. Ich komme da schon weg. Hmm. Uh huh. Ja komm Ja komm Ja komm Ja komm Ich kann nur Das Ding haben sie auch so lange gebraucht. Das Ding haben sie auch so lange gebraucht.